Die Erleuchtungsshow Als mich die Redaktion einer beliebten buddhistischen Zeitschrift um einen Artikel zum Thema Erleuchtung bat, schickte ich Ihnen die folgende Parodie auf die populären Fernsehspielshows wie »Wer wird Millionär?« Zu meiner Überraschung wurde sie tatsächlich gedruckt. »Wer wird erleuchtet?« Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der ABC, American Buddhist Channel, präsentiert Ihnen heute das Finale von »Wer wird erleuchtet?« Freundlich unterstützt wird die Übertragung von der Firma Vipassana Meditationskissen, dem einzigen Unternehmen, das verspricht, wenn Sie die Erleuchtung mithilfe unserer Meditationskissen in diesem Leben nicht erreichen, erstatten wir Ihnen den vollständigen Kaufpreis im nächsten. Nun habe ich das große Vergnügen, dem ich keinesfalls anhafte, Ihnen unsere vier Finalisten vorstellen zu dürfen, die ehrenwerte Anagami, Geshebode Sattva, Roshi Siddhartha und die renommierte Meditationslehrerin, Psychotherapeutin und Aktivistin für Schwulen und alle anderen Rechte, Amy Tarbar. Bitte heißen Sie sie mit einem donnernden Sadhu, Om oder Mu willkommen. Für Zuschauer, die die Show nicht kennen sollten, hier noch einmal die Regeln. In drei Ausscheidungsrunden wird jede ihrer Heiligkeiten gleich unter Beweis stellen können, wie weit sie es mit der Erleuchtung schon gebracht hat. Nach jeder Runde scheidet eine von Ihnen aus und wird zur Quelle zurückgeschickt. Die erste Runde besteht aus einer Frage. Wie würden Sie die Erleuchtung definieren? Anna? Erleuchtung bedeutet kein Selbst mehr zu haben und da ich als einzige Theravada-Buddhistin hier auch als einzige der wahren Lehre des Buddha folge, bin ich die reinste von allen und am erleuchtetsten. Wenn Sie, möchte ich noch sagen, erkannt haben, dass Sie nicht die Spur von einem Selbst mehr haben, dann können Sie stolz sein auf Ihre Leistung und Sie ruhig überall rum erzählen. Bo? Für mich heißt Erleuchtung, meinen Schülern gegenüber mitfühlend zu sein, und zwar in einem so hohen Maße, dass ich sie voller Absicht zur Sau mache, damit sie sich mir nicht allzu unterlegen fühlen. Sid? Erleuchtung ist gleichbedeutend damit, keine Anhaftungen zu haben, und ich habe so wenig Anhaftungen, dass ich nicht einmal dem Nicht-Anhaften anhafte, daher auch meine coole neue Rolex, schauen Sie mal, die ist doch toll, oder? Amy? Ich verstehe unter Erleuchtung den besten, Sex zu haben, ohne der Illusion von einem Selbst zu unterlegen, das irgendwelche Schuldgefühle empfinden müsste. Herzlichen Dank, Ihre Leerheiten für diese unfassbar wahren Wahrheiten, und mit der ersten Drehung des Dharma-Rades aus der Show fliegt Anna, Anna, ich habe heute leider kein Foto für dich, ein letzter Applaus für Anna, und auf Nimmerwiedersehen, Anna Gami. Kommen wir zur zweiten Runde. In der folgenden Prüfung geht es darum herauszufinden, wer am längsten meditieren kann. Also, verehrte Unbeschreibliche, sobald der Gong ertönt, legen Sie los! Gong! Nach nur zwei Minuten schlägt Amy die Augen auf und checkt ihren Twitter-Account. Sid bleibt eine ganze Stunde hocken. Bo aber sitzt so lange, dass ihn die Sanitäter der Show für tot erklären und seine Leiche verbrennen. Bo ist ins So-Sein eingegangen. Das Publikum brüllt ihm ein ohrenbetäubendes jetzt sind nur noch Sid und Amy übrig. Kommen wir nun zur alles entscheidenden Runde, in der wir den Gewinner oder die Gewinnerin von »Wer wird erleuchtet?« ermitteln. Meine Güte, ist das spannend, ich fasse es nicht. Sid und Amy, Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, live und im Fernsehen eine Performance einer ihrer übernatürlichen Fähigkeiten abzuliefern. Und damit entscheidet sich alles. Denn »Wer wird erleuchtet?« kann nur einer gewinnen. Sid schließt die Augen, konzentriert sich auf irgendetwas in seinem Inneren und hebt in einem Anfall von Ekstase vom Boden ab, schwebt in der Luft wie eine Hühnerfeder im Sommerwind. Höher und höher erhebt sich Sid über den Bühnenboden, bis das Publikum sich von seiner Verblüffung erholt und in tosenden Beifall ausbricht. Die Begeisterung ist so groß, dass sie Sids Konzentration zerstört, seinen übernatürlichen Fähigkeiten den Garaus macht und dazu führt, dass er rücklinks auf der Bühne landet. Dabei bricht er sich das Genick und ist auf der Stelle tot. Viele der Zuschauer erreichen unverhofft Satori. Sid kehrt zum Grund allen Seins zurück und ein neues Koan ist geboren. Die einzig verbliebene Kandidatin, Miss Amy Tarver, die berühmte Meditationslehrerin, Psychotherapeutin und Rechte für alle Aktivistin, wird zur Gewinnerin von Wer wird erleuchtet erklärt. Die Siegesprämie ist ein ganz besonderes Meditationskissen aus purem Gold, Limited Edition. Höllisch unbequem, macht optisch aber ordentlich was her. Samt eingebautem GPS, mit dessen Hilfe man an allen Hindernissen vorbei und über sie hinweg navigieren kann. Amy war die Einzige, die dafür Verwendung hatte. Dieser kleine Artikel wurde ursprünglich für die Zeitschrift Inquiring Mind, Herbst 2010, geschrieben, um auf spaßige Weise zum Abbau des spirituellen Leistungsdenkens beizutragen, die Quacksalber bloßzustellen, die in der Öffentlichkeit mit ihrer vorgeblichen Erleuchtung prahlen und ein bisschen von dem kulturellen Staub wegzuwischen, der sich im Laufe der Jahrhunderte auf die Erleuchtung gelegt hat und sie heute bis zur Unkenntlichkeit bedeckt. Untertitelung des ZDF, 2020